Ich habe noch keinen Krieg erlebt, aber ich hatte das Gefühl von etwas Bekannten, eine Erinnerung von Irgendwoher. Wir standen im schwarzen Staub, redeten, atmeten, bewunderten das Schauspiel. Und wir, Mädchen und Jungen, wir sind mit den Rädern zum Kraftwerk gewesen. Und da waren wir sofort in einer fantastischen Welt, wo das Ende der Welt und das Steilzeitalter aufeinandertrafen. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass alles riesig unwirklich ist. Ich bin mit den Rädern, wo die Luft schlägt, wo die Luft schlägt. Und da war die Luft schlägt. Vielen Dank.